Also, unsere Aufgabe wird es sein, nach Wunderhorn zu kommen, zu diesem netten Magier, um ein Heilmittel für den Opa zu bekommen. Okay, jetzt. Ich muss immer noch, ich brauche immer noch, ich muss immer noch hier raus. Kannst du, Ben, irgendwie, das hat man schon einen Schutz, was meinst du damit? Wie komme ich hier raus? Vielleicht mit dem Zauberbuch. Ich nehme einfach das Zauberbuch. Ich nehme einfach das Zauberbuch. Ich nehme einfach das Zauberbuch. Mit mir? Ich verstehe nicht. Warte, du meinst nicht das Zauberbuch, oder? Es ist natürlich ein wichtiges Element des Zauberges. Aber der Weg, den du musst fahren, muss immer noch nicht schade sein. Okay. Protection? What do you mean? The witch you see, she'll never resign. Wherever you go, she will hunt down your mind. Not to. So what do I do? Once the path to escaping has been found and revealed, you must fashion a spell that will act as your shield. And that's in this spell book, right? Turn to page 44 and there you shall read of the spell with such strength that you will meet your need. It's an amulet you cast it on and wear from henchford. Then all the tricks from the witch can simply be ignored. Okay. Wir müssen also das Amulet tragen. Den Spruch auf Seite 44 aufsagen. Und dann kann das die Hexe nichts mehr anhaben. A blessing from the dead over the cauldron they are in. Then I need to heat them to a boil together. And then I need to dip in an amulet charged by the moon. Mirror? How am I going to find all those things here? Rest assured, dear girl, in this tower, these are strewn. Oh god. Well, you can see everything, right? Can't you just tell me where to find them? Oh, I'm afraid I cannot. I have assisted all I can. The rest of the way is for you now to plan. Mhm. Somehow I had a feeling you might say something like that. I too. So, that's it we have already. How do you think I'll get out of here? Can I reverse the spell on Ben? I think he used to be a boy before the witch kidnapped him and... Indeed. The poor child. The poor victim of fate. A destiny strife with much death, fear and hate. What? 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 Death? Ehm... Let me explain that with the spell again. Wait, wait, wait. Is Ben going to be okay? I want to help him, not put him in danger. It is certain that the sorrow is within the boy's tail. But your help, I can assure, will be a failure. Hmm. Okay, okay. I suppose I see. I suppose I see. That's with the Zauberspruch. I think I'll still have a while to go before I can get away from here. Indeed. Brave child. I'll be here when you're stuck. With your search though, I wish you the best of luck. Thank you, Mirror. For everything. Bestimmt. So. Uiuiuiuiuiuiuiui. Hier haben wir aber viel. Wir fangen mal an. The witch certainly likes these things. It must be a pain to keep them going all the time. Hm. Ja, das ist... Mit einem Zauberspruch ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Grandpa would be disappointed in me using fire on things randomly. Um alle Kerzen gleichzeitig anzuzünden. Zu weit weg. Hm. It's all pretty gross sounding stuff. Eyes of Newt. Lizards, Gizzards. Vampireblood. Blah. So gross. Okay. Was haben wir denn? Ähm. Zu weit weg. Zu weit weg. Was? Was? Okay. The protection spell. A Raven's feather. A strand of hair from the one you need protection from. A blessing from the dead over the cauldron they are in. Then I need to heat them to a boil together. And then. I need to dip in an amulet charged by the moon. Simple right? Ja. Also das Haar brauche ich auf jeden Fall oben aus dieser komischen Spüle. Und das kriege ich vermutlich nicht raus. Und werde es vermutlich deshalb das Rohr runterspülen müssen und deshalb unten das Rohr aufmachen. Schätze ich mal. Würde ich jetzt mal raten. Okay. So the protection spell. A Raven's feather. A strand of hair from the one you need protection from. A blessing from the dead over the cauldron there. And then I need to heat them to a boil together. And then. I need to dip in an amulet charged by the moon. Simple right? Okay. Okay. Und dann hatte ich... Was hatte ich denn hier? Blaupausen. Würde ich mir gerne anschauen. Hmm. According to the layout of the house here, there used to be a chimney going down into my bedroom. Above the table in the corner. If the witch patched up the roof where the chimney was. I wonder. Maybe it's weak enough for me to break through it. Wo? Wo soll der Durchbruch sein? Hmm. According to the layout of the house here, there used to be a chimney going down into my bedroom. Above the table in the corner. If the witch patched up the roof where the chimney was. I wonder. Maybe it's weak enough for me to break through it. Also am... Oh sorry. Am Tisch in der Ecke. Okay. Jetzt gucken wir erstmal weiter. Ähm... Zauberspruch Zutaten. I don't believe I need any of them. Nicht. Frogs, birds, skulls. The essential things for a witch I guess. Bücher. So. Which book should I have a look at? Gefährliche... Leitfaden. Was waren denn hier noch? Partytricks? Nichts. Leitfaden der finsteren Vertrauten. Kommunikation mit dem Jenseits. Alright. Let's see here. Hmm. This seems interesting. Dragons. Dragons are large lizard-like creatures that live within forest caves. They have scaled skin, wings, razor sharp teeth and claws. And are capable of breathing fire. Yeah. Oh. Communicating with the other side. Alright. Here we go. Summoning the spirits of the dead. Those who pass on to the other side leave remnant of their past lives in our world. This will most often come in an object. Something close to their heart. Their spiritual essence. One of the basic summoning techniques is to take such an object with you to sleep. During sleep, the spirit will seek you out in open communications. Aha. Hmm. An object of someone past. Let's see. Let's see. Guide to evil pets. Aha. This is what I need. The common raven. It is not uncommon to find raven nests within rooftops or rafters of cabins and houses. Ravens who have settled down, however, become extremely territorial and aggressive in nature. This is all the more reason why they make an ideal pet for any evil person. Okay. Also eine Rabenfeder finden wir wohl eher auf dem Dach. What does the witch want with party tricks? Looks kind of fun though. Some neat tricks in here. Bücherwurm. Schön. Gut, wir haben uns jetzt die Bücher angeschaut. Was war nochmal hier? Ja, das habe ich nicht gerade zu Ende gelesen. Ja. 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 Ja, und? Kerosin! Drachen essen, verschlingen Kerosin. Alles klar. Ist ja... Interessant. Eine Kerze. Hatten wir schon. Was haben wir denn hier noch? Schüssel? Brauche ich auch nicht. Was? Achso. Ich wollte schon sagen. Guck mal, da ist doch ein Bild von mir. Oder nicht? Von der Anna. Ein Schloss. Und hier liegt auch noch einer. Und hier liegen überall welche. Oh mein Gott. Es ist sehr... Ein Abfluss. Pfff. 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 Was... Kann ich denn hier irgendwie sowas machen? If this is where all the spell scraps end up, who knows what we could find down there. Ui! Das ging sogar. Kann ich hier oben eigentlich eine Flasche mischen? Ähm. Kessel. Ähm. No. The witch's cauldron, where all the magic happens. I miss some things for the spell. I still need a Raven's feather, some of the witch's hair, a blessing from the dead. Then I'll finally be able to get far away from this wicked witch. Ja. Ugh. I'm not sticking my arm in there. Who knows, what the witch is put in there. Hmm. Nah. I don't think I need it. Hmm. I don't think I need it. Gucken. Flaschen. I think I'll leave the rest there. I'm not really sure what any of these bottles are for. Whatever it is, I'm sure it's not good. A shield. According to the book, I need to find an object of the dead. A skull isn't going to help, I'm afraid. Not. I'm not sure I even want to know what that used to belong to. And here. Here is another shield. According to the book, a skull isn't going to... Auch nicht. This actually seems to be a human skull. Who knows what deeds the witch did to get her hands on this. A boot. I don't really understand it. I think I might just leave it. What is that for a book? It seems to be talking about this... Ah. ...tele... 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 Okay. Sounds very complicated. Was haben wir denn dann noch? Wir haben hier nochmal die Kerze. Und ein Goldring. Den Goldring eines Toten. Eventuell. Sonst haben wir uns hier alles angeschaut. Und was steht denn unter dem Pärament? Für den ersten Platz in der Science Youth Fair. Dieses Certificate ist an Hans Lind. Wer ist Hans Lind? Warum würde die alte Witch das haben? Hm. Gute Frage. Hm. Nein. Können wir denn... Ach guck. Wir können da sogar runter gehen. Nicht dein Ernst. Was ist das denn? The Witch's Dumping Ground. Everything looks like leftovers of spells, witchcraft and... People. Am Toten. Ja. Oh mein Gott. Tuch. I can't reach that. That skeleton seems to have a pretty tight grip on that thing. Must have been quite important to them. Whoever they were. Äh... Schleim? Even if I could reach, I wouldn't dare touch any of that. Ne, ne? You know. That looks a lot like the stuff the witch tried to feed me. I. I. Even if I could reach, I would... Überreste. It looks like the Witch's Dumping Ground. Ja. Everything looks like... People. Schleim. Gitter. It fell down there when I blew it up with my power. Wow. That sounds really, really bizarre. Yeah. There's even something. A arm. Hmm. That skeleton seems to have a pretty tight grip on that thing. Must have been quite... Yeah. Too far away. Okay. Das Tuch. Ein Mittelfinger. Uh... I... That skeleton seems to have a pretty tight grip on that thing. Must have been quite... Ja. Das hat meine Blatt schon. Wir nehmen doch mal hier den... Einen Löffel mit einer Schnur zum Verlängern. Hmm. It seems I can't reach that. Warum denn nicht? Das Tuch? Oh, yes. Good idea. Um... Only... That skeleton has it gripped tight. Ach, komm. Using it here is a little unnecessary, I think. Warum? 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 I don't want to blow up the poor person's hand if I can help it. Ist doch eh schon... Der lebt doch nicht mehr. Hm. Was wird denn das jetzt hier? No. Das ist zu weit entfernt von mir. Wir machen das nochmal. Hm. Alle Finger einzeln. Den Daumen? Hm. Was? This guy is determined to hold onto his Handkerchief. I have to think carefully about how I'm going to get it to drop. I think it's stuck down. I think it's stuck down. Because of the thumb perhaps? Hm. 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 Jetzt mach mal nicht so kompliziert. Hm. 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 This guy is determined to hold onto his Handkerchief. I have to think carefully about how I'm going to get it to drop. Hm. Hä? Okay. Nochmal. Irgendwie muss ich ja da rankommen. Also zwei Finger gehen nur. Und dann ist Ende. Ja. Das heißt. Ah, ja. Good idea. Jetzt vielleicht? Only. That skeleton has it gripped tight. No. That's too far away for me. I can't reach that. Was mach ich denn da? Was mach ich denn da? Okay. Warum kann ich denn, kann ich dem Skelett den Ring an den Finger packen? Ähm. Ähm. I can't actually reach... Was soll ich denn da machen? Briefbeschwerer schmeiß ich da drauf. Hm. Oh man. Mir fällt grad schon wieder gar nix ein. Den Kurken da so. Was? Ich hätte jetzt gerne... Das Tuch. Ach. Hä? Hä? Wie ging das denn? Ich hätte doch nur auf den kleinen Finger gedrückt. Na gut. Jetzt nehmen wir aber hier den Löffel und äh... Zack. Was soll ich damit? Was ist das überhaupt? Hallo? Ich hätte immer gern gewusst, was das ist. A dirty old handkerchief with the initial J stitched in the corner. From what I read in that book, I could try summoning the ghost of whoever owned this. I don't know about this though. I mean, I still have your ring girl to help me. I think I shouldn't mess with the dead more than I need to. Das J für your ring girl bestimmt. Okay. Okay. I don't think there's any spells that can help me here. Warum nicht? Oh. Okay. Wir gehen mal zurück. Wir gehen mal zurück. So. Wir gehen mal hoch. Was? Was? Ähm. So. Wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir mal ausprobieren können. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel den Kurken reintun. Hm. Nein. Das wird nicht funktionieren. Warum denn nicht? Und jetzt? Okay. Ähm. Ich lege mich ins Bett mit diesem Teil, dann beschwöre ich den Tod. Ja. Doch nicht. Ja, okay. I don't know about this, though. I still... I think I... Hm. Buch über Party-Tricks. Was kann ich denn machen? Amulett. Stimmt. Ich muss irgendwie aufladen mit Mondlicht. Ah. Warte mal. Wir haben ja hier diese Linse. Die Linse mit dem Amulett. Eigentlich, ich könnte das das Licht auf den Amulett fokussieren. Ich sollte versuchen, eine starke Linke zu finden. Aber ich sollte erst eine starke Linke zu finden. Ja. Ich muss Mondlicht finden. Mal sagen, Suppe. Hier soll doch irgendwo... Ach, da. Da ist die Schwachstelle. Die war vorher nicht da. Ja, ja, ist ja gut. Nimm das Ding mal weg. So. Und dann versuchen wir mal mit unseren Telekinesen... Kräften. Gott. Hier kommen wir da hoch. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch?